In Flash! Mit Zendos! Wieiii! Hallo! Wie man gemerkt hat, bei mir fehlt ja einiges, weil die Aufnahmen nicht abspeichern wollten und dadurch abgekackt ist beim letzten Mal. Mhm. Also voll im Arsch war, naja. Naja, ist ja nur so schlimm. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Äh, wir haben Holz gesucht, wir haben den Saukeller zuletzt gemacht. Ne, stimmt ja, ich hab ja Schmellerlinge gepflanzt. Ja, für Blumen. Und das mit den Bienen hab ich gemacht. Da stimmt, wir wollten aber halt die Bienen umsiedeln. Bitte! Was ist? Killer Bean, Killer Bean! Wir wollten die Bienen ja umsiedeln. Wollten wir? Ja. Wollten wir nicht mehr. Weil, äh, Abigail, ihr ja mal attackt, wenn wir in der Nähe sind. Wollten wir das? Ja. Weil die doch immer attackt, die Bienen. Wollten wir, ja. Wollten wir nicht mehr. Zu lange her. Schauen wir mal, dass ich alles hier rausrupfe. Haben wir kein Monster Flares mehr? Oh, das könnte knapp doch eigentlich... Hast du gar nichts mehr zu essen gehabt? Nö, nicht wirklich. Ich hab's noch eigentlich. Ich hab's noch eigentlich. Mein Herz dafür noch. Da brauchst du glaub ich nur pennen gehen. Oder haben wir ein haupten Haus? Ne? Haben wir haupten schon ein Haus? Ne, ne? Ne. Okay. Soll noch ein Haus bauen? Ich glaube gleich erstmal Nacht, dann schmeiß ich gleich eben das blaue Feuern. Nö. Achja, ich hab ja Schmetterlinge gefarmt. Frank stimmt ja. Oh. Da war ja was. Keine Dinger mehr. Egal, das war alles einsammeln hier. Egal, das war alles einsammeln hier. Ja, super. Okay, was ist denn eigentlich noch drinnen hier? Ah, Bienen. Wir brauchen nur eine Honeybienen, ne? Ja, ich weiß. Da war ja was beim letzten Mal. So. Dann mach mal hell. Ach, ist ja hell genug. Wird nicht warm, aber hell. Mir wird ganz schnell kalt grad. Naja. Muss eben das eine Feuer haben. Warte, ich hab hier Pinienkerne. Zupfen. Ja. Ist mal auch warm. Naja, mit dem Feuer wird's nicht, wird's nicht, äh, wärmen. Aber im Sommer ist das Ding gut. Dann kühlt sich das ein bisschen ab. Ja, klar. Im Sommer, ja. Und so bringt das halt viel Licht. Für kaum Ressourcen halt dieses, äh, Nitri. Was man halt von den ganzen Steinen mal bekommt. Ich weiß, warum ich so wenig Leben hab. Bzzzzzz. Aua. Ich weiß jetzt noch, wo die Bienen waren. Ja? Mhm. Okay, dann. Ach ja, nen Hammer hatte ich ja auch noch. Da wollte ich ja nach unten gucken. Was kostet mir denn das hier eigentlich? Wie geht das denn? Ein Honigkamp und Heizbrett. Komm Evikel, wir gehen wir ne Runde. Anikamp haben wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Doch, müssen wir vielleicht noch's haben. Anikamp? Ne. Normalen Honig haben wir natürlich. Aber keine Honigwabe. Das hört sich blöd. Und ich kann die nicht kaputt machen da hin, weil da ja so viele sind. Schmetterling essen. Hm. Vielleicht das ein bisschen blöd da jetzt. Ähm. Schmetterling wurde grad zu Butter. Oh. Okay. Was ist das denn für ein Mod, den wir jetzt mal reingemacht haben? Ne, das war letztes Mal schon. Ne, letztes Mal war das noch nicht. Doch, da hatte ich das auch. Ah, hier ist ne Schweinehütte. Aber vor allem, du machst Butter draus. Na jetzt vor den Schmetterling draus. Haha. Hä? Na ja. Na, dadurch hab ich richtig viel Leben bekommen. Durch die, durch die Butter. Das ist natürlich nice. Ach Kater, kannst du nicht einfach mit dich ein bisschen wieder... Oder das war einfach nur Bug eben, kann auch sein. Da, das hat sich wieder richtig gestellt. Nice. Kaputt, kaputt, kaputt. Wie viele Schweinewürzelchen brauchte man denn nochmal? Zwei nur? Ja. Okay, dann brauch ich noch ne Schweinehütte. Wenn ich jetzt zwei habe, aber ich weiß gar nicht, wo ich noch Schweinehütte hatte. Keine Ahnung. Hab keine Ahnung. Wollts. Mal hin, du hast was gefunden. Ja. Was wollt man denn jetzt noch machen? Weißt du, ich war im letzten Mal noch eine Biene sammeln wollte eigentlich. Ja. Ich bin überlegen, was ich machen wollte. Stimmt essen und AA sammeln. AA. 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 Das ist eine blöde Flower. Vielleicht hat AA im Kopf. Ja. Dann kann man noch ein bisschen einsammeln. Alles er damit. Nehme ich alles Möhrchen und Dürchen. Din, 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 din. Ich weiß gar nicht. Hatten wir denn auch noch, ähm, Netze? Uh, sieht schwierig aus. Ja. Oh, ich hab im Bed-Haus. Warum war ich im Bed-Haus? Komisch. Ach, was war ich denn da? War ich doch gar nicht. Oh, hier. Ach, hier war der eine Talia mal. Vollmond, stimmt ja. Ja. Hier sind die komischen Mannekes. Warte mal, kann ich eure Hütte nicht auch abreißen? Von den Waschbären? Oder welche meinst du jetzt? Ne, von den komischen. Ja? Von den komischen Schweine-Fisch-Männern hier. Glaub ja. Musst du halt mal schauen. Gehen wir mal mit den Bienen wieder schmuse. Ja, es geht. Abbey gelten. Kannst du dich mal bitte töten oder so? Übrigens sehe ich jetzt auch auf der Karte, wo du bist. Ja. Darum geht es ja. Und? Du deckst auch mit auf. Das ist gut. Wir decken uns gegenseitig die Karte auf. Oh nein, es regnet das auch noch. Ekelhaft. Boah, sterben die nicht mal irgendwann? Okay, einer ist tot. Ekelhaven. Nein, Abigail ist tot. Pech? Nicht Pech. Doch Pech. Nein, das ist gar nicht geil. Ich kann wieder zurück. Autsch. 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 Warum seid ihr so schnell? Autsch. Alter, haut ab. Muss aufpassen. Wow. Nicht sterben. Nein, nein, passt schon. Ich habe nicht viel Leben gerade. Keine Sorge. Naja, keine Sorge. Die hauen mir gerade nicht so viel Schaden rein, weil ich ein Imkerhut auch habe. Gehilfe doch etwas, der Imkerhut. Ja, ja. Dann ist ja gut. Aber deckst du jetzt für mich auf? Da bist du, aber das deckt bei mir jetzt nicht auf. Komisch. Verstehe ich nicht. Bei dir deckt das ja auf, ne? Naja. Vielleicht weil du es dir schon gesehen hast, oder nicht? Ah. Nein, nein. Keine Ahnung. Oh, ist unser Lager? Ich habe gerade meine Käse kaputt gemacht, die Hideo. Da ist unser Lager. Ist hier nur am suchen. Essen. Ist irgendwie Möhrchen? Haben wir da irgendwie Möhrchen oder Bären im Lager? Möhrchis? Bären haben wir noch ganz, aber auch nicht mehr so viel. Bären. Du bist so bescheuert. Was? Haben wir Honig oder so? Ja, Honig haben wir. Oh, Mann. Oh, ich hab so das drehen, ne? Ja, wieso? Nein, ich mach's immer mit E und Q und ich denk da, ich krieg immer, ich denk damit laufen und sowas. Schlecht. Laufen würde. Du bist schlecht. Nee. Doch. Was hatten wir denn hier noch in den Kisten drinnen? Hm. Ach, hier ist ein Gem drinnen, was ist hier drinnen? Hier ist nichts, okay. Hier. Hier ist auch noch so ein klein, alles was man nicht so gebrauchen kann richtig. Gold. Gold.